ja und jetzt wird gebrutzelt noch ein paar letzte worte noch ein paar letzte worte ja auch noch ein paar letzte worte oder nein ich lasse euch zufrieden aber ich komme wieder und werde mich hier rechen naja da komme ich nicht weiter da geht es nicht weiter ja wir wollten ja nach roricksteed genau fort sun guard jetzt gehen wir nach roricksteed schnell setzen wir da den marker ja so wir laufen in skyrim rum ich habe meinen blitz und mein feuer mal in hand genommen sind zwar billige zaubersprüche aber man muss ja die auch mal trainieren wenn man ein bisschen magie benutzen will ein paar zauber sprüche sind schon ganz nekisch in skyrim also rein drastigen magier zu spielen ist schon sehr hart sehr hart also rein drastige magier ist schon wirklich schon hart hardcore schon fast hardcore kann man sagen oder geht was ich hasse bogenschützen sagte servus was geht ab legionärs soll es nur was haben die hier verloren alder was haben die hier verloren alder ich röste dich das ist roricksteed ist ein kleines dorf eigentlich nur ich glaube da gibt es eine auf ein oder zwei aufgaben aber ich bin mir jetzt echt nicht sicher ich glaube da gibt es ein oder zwei aufgaben hier mehr gibt es nicht zu tun in roricksteed ihr könnt euch natürlich auch unterhalten und in die kneipe gehen ein bisschen harwesten hier blübchen pflücker spielen man hier schon wieder so viel zeugs hier gesammelte tundra cotton wird es mir schon wieder schlechte nur tundra cotton hier alter wie viel zeugs man hier sammeln kann echt das ist ja abartig roricksteed discovered lavender gibst du mir einen ständer das haus ist zu so ich tu jetzt mal wir es weg machen hier klack klack in die kneipe gehen wir mal in die kneipe rein frost fruit inn was gibt es denn in frost fruit inn so schönes so was willst du eine aufs maul oder was rr schluch diese rr rr die rr die rr die Ähm, Magik. So. Ja, gut. Wenn du Schläge wirst, kannst du gerne haben. Potions. Hau ich mir erstmal in den Pot rein. Ein bisschen was zu fressen. Schnauze hier. Was jetzt? So, ein paar letzte Worte. Dumme Bitch. Zwarven Armor. Zwergenrüstung. Ja, leck mich am Arsch. Cool, die nehme ich gleich mit, ey. Stahlhemm. Zwergenrüstung, ja da hat... Boah, die muss ich jetzt irgendwo liegen lassen hier, ey. Irgendwann im Fass liegen lassen, ey. Die ist zu schwer, ey. Boah. Schlepp. Boah, Steal, ey. Kann nur klauen, ja, ey. So eine blöde... Mit Eisenkeule hat sie zugeschlagen, ja. Da muss ich halt kurz nach Skyrim raus. Müsste ich eigentlich schnell... Quick... Quick... Denks machen, ey, ja. Quick Travel, zurück nach weit ran. You cannot fast travel while encumbered. Also ich kann nicht schnell reisen, während ich überladen bin. Toll. Ja, danke. Okay. Super. Dann... Muss ich mir hier ein kleines Lagerchen machen. Und hier was ablegen. Direkt hier vor die Bude ablegen? Nee. Das kann nicht bringen, alter. And Rorix, das hat es aber nichts, wo ich... Boah. Lassen wir es halt in der Leiche... Oh, dann gehen wir wieder in die Kneipe hin. Alter, sind 40 Rüst... Was wiegt denn so viel, ey? Ach ja, okay. Ich habe noch Loot von dem ganzen Scheiß da vor mir hin. Okay, dann gehen wir nochmal in die Kneipe rein. Ich lasse jetzt einfach die Zwergenrüstung kurz liegen, ey. Tja, ich habe hier jemanden gebasht. That happened. Immer noch überall an. Nee. Mist, warum läuft jetzt immer noch so? Ach, irgendwie hat es jetzt... Irgendwie hat es jetzt... Wenn ich jetzt wieder shift durch, dann läuft er langsam. Ja... Irgendwie... Mein Vater, Ralki, hat das Ende. Er war ein Soldat, aber er hat das Leben hinterlassen. Wenn du mir einen LaRue brauchst... Hm. Hm? Jetzt schleicht er? Ich brauche etwas. Was ist denn los? Was läuft denn nur noch? Ein Moment. Gut, ich habe es. Ja, Eric, servus. Was geht ab? Du siehst du, wie du deinen Teil des Lebens gesehen hast. Ich empfehle dich auf das. In Wahrheit, vielleicht kannst du mir mit etwas helfen helfen. Hast du hier alles gelebt? Ja, lebst du hier schon dein ganzes Leben lang? Ja, lebst du hier schon dein ganzes Leben lang? Ja, lebst du hier schon dein ganzes Leben lang? Ja. Es ist nicht das größte Ort in der Welt, aber... Die Leute hier arbeiten hart. Sie haben keine Probleme für niemanden. Das ist wahr. Für so lange, wie ich mich erinnere, haben unsere Ziele immer gut gemacht. Ich bin nicht sicher, ob es das Soil, das Klima, oder die Pflege der Heiligen. Aber wir haben nie eine schlechte Harvest gehabt. Was ist das, du brauchst? Ja, was brauchst du denn? Ich will einen Sprecher, wie du. Mein Vater sagt, ich kann nicht. Er sagt, er braucht mich, um hier zu arbeiten und die Pflege zu arbeiten. Und selbst wenn er mich ein Sprecher zu lassen hat, dann können wir die Armour kaufen. Sein Name ist Mralki. Und er ist hier der Innkeeper. Ich hoffe, du kannst seine Meinung ändern. Ich werde sehen, was ich tun kann. Du solltest wahrscheinlich beim Pfarmen bleiben. Ja, du solltest beim Pfarmen bleiben. Lieber, wer vielleicht sicher? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich mache mal. Du solltest wahrscheinlich beim Pfarmen bleiben. Also, wenn du deine Meinung ändern möchtest, würde ich trotzdem deine Hilfe wünschen. Okay. Na gut. Mal schauen. Ich habe ihn doch schon getötet. Ich habe ihn doch schon getötet. Gr grave für den Pfarmen. Beobachtung für den Pfarmen. Beobachtung für den Pfarrmen? Ja, Bier und Alk. Ja, oh Käse. Käse kauf ich immer gerne. Nur den Billigkäse. Aber das kann ich kaufen. Das kann ich kaufen. Woah. Ja, komm, hier. Kauf ich mal das. So. Wo ist es da, Erik? Okay, Erik, gib her. Ich will sehen, was ich kann. Talk to Miralki über Erik. Aber ich frage dir, ist es nicht der Vater, um uns Kinder sicher zu halten? Ich möchte dir über deinen Sohn sprechen. Mein Sohn? Erik? Was ist denn? Hat sich etwas passiert? Ist er alles klar? Du solltest deinen Sohn entscheiden. Du solltest deinen Sohn entscheiden, was er will. Deine Tage, um deinen Sohn auszubeuten, sind vorbei. Nein, ich mach mal das erste. Die erste Gesprächsübzehn. Du solltest deinen Sohn entscheiden, wie er will. Aber der Welt ist ein gefährliches Ort. Erik hat keine Ahnung, was er sich in die Hand bekommt. Aber es ist mehr, er hat keine Armut. Ich muss das Geld für ihn schützen. Äh, hier, use this to buy some Armut. Ja, hier, nimm das. Um das Geld... Ich gebe den immer 261 Gott, dann kann er sich Rüstung kaufen. Okay, ich kann jetzt Erik Bescheid geben. Wo ist Erik? Ja, servus, Erik. Ihr Vater changed his mind. Dein Vater hat... ...seine Ansichten gewechselt. Ich kann dir genug bedanken, Freund. Ich hoffe, du kommst bald zu Rorikstedt zurück und mir eine Besuchung. Vielleicht können wir uns über unsere Erinnerungen verändern über ein Mug von Al in der Inn. So, die Aufgabe ist erledigt. Completed. Return to Erik. Genau. Das ging jetzt schnell. So, das war eigentlich alles, was ihr in Rorikstedt machen könnt. Stay out of trouble, Khajiit. Stay out of trouble, Khajiit. Ja, jetzt Rorikstedt sind wir, gell? Ja, und dann würde ich sagen, hier, Cast Vasten. Und das ist jetzt schon oben bei Dings. Fort Snowhang. Das ist wieder Richtung Solitude eher. Na, ich glaube, ich muss Dragon Bridge, Statue of Merida und Fort Hürgerstadt. Ja, machen wir mal so. Machen wir erstmal so. So, gehen wir erstmal hier Richtung Norden. Gehen wir weit in den Norden hinein. Eine lange Reise. Na, lale dagegen. Holala dagegen. Genau. Holala dagegen. So eine Wache habe ich auch noch nicht gehört in dem Spiel. Dass der so tief... So eine tiefe Stimme hat. Na, holala dagegen. Und dann auch noch schön langsam. Ja, da haben wir noch eine Hütte. Ist auch ein... Irgendwie ein... Nennenswerter Ort. Anscheinend. Ach, Ratten! Ach, das ist das Ratten hier, wo alles verpestet ist mit Ratten. Ja, genau. Das Ratten ist hier. Lanz hat. Genau. Lundshütte. Oh, was? Scheiß, warte. Immer noch nicht genug. So, gehen wir schnell rein in die Hütte. Da ist nämlich auch die Bude voll. Hier, da könnt ihr euch nur noch ein bisschen trainieren, ey. Könnt ihr noch ein paar Ratten brutzeln, so wie ich gerade hier. Leckerlis. Und da könnt ihr viele Leckerlis mitnehmen. Viele Leckerlis gibt's hier. Fleisch. Basket will ich jetzt nicht. Sit, ja. Das Fleisch will ich mitnehmen, ja. Damage, Health. Zwei Gift. Gift, ja. Fass durchsuchen, okay. Ja, nur Cabbage, Bier, Bierbräu, nicht. Sack. Okay. Salt. Was hast du denn hier so drin? Roll of Paperbräu, auch nicht. Wein. Ja, servus, Lund. Ja, du bist tot. Lund lebt nicht mehr. Der ist über den Jahr eingeschickt worden. Eine Kiste! Schneewehrenfeld, oh, nice. Alles mitnehmen. Boah, ich bin schon wieder überladen, alter, ey. Oh, ich glaub, da muss ich mal bunkern hier. Ja, ich bunkere hier mal egal. Iron Dagger. Ja, Landshütte, weiß ich ja, dann halt, muss ich halt wieder zurückkommen. Silver, Silver, das. Shield of Use Grammar, ja, das tun wir auch mal reinschmeißen. Die Stahlhelme schmeiß ich rein, ja. Potions. Damage, Self-Damage, ja, das können wir auch mal reinschmeißen. Invisibility 1 kann ich auch reinschmeißen. 2 auch reinschmeißen. Misscounseles. Warum bin ich immer noch so schwer? Die scheiß Köpfe, die brauche ich auch nicht mehr. Einen, okay, aber nicht zwei, ey. Ach, die Fälle. Ja, komm, die scheiß Fälle brauche ich auch nicht, ey. Die Fälle kann ich auch reinschmeißen, ey. Erstmal. Fürs Erste wieder mal. Stealing, Gott, kann ja auch reinpfeifen, ey. Ist immer noch, immer noch voll, ey. Books. Hier kommt das Buch auch noch. Breathing Water. Wasser atmen. Können wir auch mal reinschmeißen, ey. Ja, die zwei Dings hier können wir auch mal reinschmeißen, ey. Zack, brauchen wir auch nochmal. Der Legendary of Sun Creator brauchen wir auch nochmal. Weapons. Weapons, Apparel, Weapons, Werfen. Sonst habe ich ja nichts mehr. Stahldäuche, ne. Und das ist meine Rüstung. Potions, Scrolls. Scroll of Calm, okay. Scroll of Ice, das können wir auch noch bunkern. Das ist jetzt alles Fressen hier, oder Zutaten. Ah ja, so viele Zutaten. Ich habe ja so viel Tundra-Kotten gesammelt, gell. Tundra-Kotten müsste ich tonnenweise haben, gell. Ja, Menschenherz ja auch. Ja, stimmt. Hanging Mosk, Raspod. Tundra-Kotten, das müsste ich viel haben. Tundra-Kotten, 25. Tundra-Kotten, da können wir mal 15 Bunkern, ey. Ja, da haben wir wirklich viel, hey, gehabt. Tundra-Kotten, aber das war auch noch nicht entscheidend. Ach, Linenweb, ja. Linenweb, war ja auch nicht. Ironing Mosk, auch nicht. Was habe ich sonst noch? Windstone-Ingot, ist ja okay, das kann ich ja behalten. Sind wir, Ingot ist auch noch alles okay. Schlüssel, wirkt mich nicht. Es fällt immer noch irgendwas, hey. Immer noch irgendwas, was mir fett, fett Gewicht zieht, hey. Ja, dann sind es die Zutaten noch irgendwo, 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 noch, noch was richtig dickes. Salt-Pie. Ja, kann man auch noch ein bisschen liegen lassen. Ja, komm, schneller hier. Ja, komm, lass, lass einfach, es passt doch. Hier, Forschi, was gibt's hier? Bücher, Bücher, Bücher. Und sonst nix, oder? Ah, da hat's ja noch Essen. Beef. Food will ich nicht. Ah, Impfstone kann ich auch noch sammeln. La, 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 okay. Kann man ein bisschen was essen, kann man ein bisschen Essen herstellen? Gut, stell mal Essen her. Food. Und was misst Counselors? Atron auch. Torx, Torchbuck. Ice Rift, Teeth und Saltpile. Frostup. Wir können mal herstellen, nee, geil. Thunder Souls, dreimal Nightshade und 1 Salt-Pie. Ich hätte es mal doch mal. Thunder Souls. Atron auch Souls Fire. Kann ja auch mal herstellen. Tron auch Souls. Ja, warum nicht? Food. Das können wir noch herstellen. Beef cooked, ja, komm. Das können wir auch noch mal herstellen. Ja, das ist ganz gut. Und jetzt, wenn wir das noch mal herstellen, das ist ganz gut. wir können uns das noch mal herstellen.